Hallo ihr Lieben! Willkommen bei KUBANAMEN! So, ich möchte euch gerne nur informieren. Jeden Donnerstag, Leute, jeden Donnerstag, 18.30 Uhr, beginnen wir hier unsere Lieblings-Salsa Suelta. Und was ist das? Einfach still zu trainieren. Arme, Schultern, Oberkörper, Hüftebewegungen, verschiedene verschiedene Varianten, die uns helfen, zu besser zu werden musikalisch und körperlich und atmosphärisch und alle Möglichkeiten zu trainieren, trainiert ihr hier bei KUBANAMEN. Ich hoffe ihr seid dabei. Bitte. Wir warten auf euch. Aua!